Das war blöd, Schatzi. Natürlich ist Alpin. Und du? Ich mache Langlauf. Vorzugsweise. Da bin ich auch besser als Alpin. Ja, klar. Aber mein Herz geht immer ein bisschen mehr an Langlauf. Das ist klar. Langlauf habe ich angefangen, weil es für meinen Körper sehr gut ist. Aber Skifahren ist meine Leidenschaft und das mache ich jetzt schon über 50 Jahre. Und das werde ich weiter praktizieren. Ich denke, die Geschwindigkeit ist super. Und jetzt bin ich auch wirklich am Tiefschneelernen und das macht auch Spass. Ich bin der bessere Lehrer. Und ja, Schüler. Du musst sagen, du bist ein guter Schüler. Du bist eine hervorragende Schülerin. Du machst alles, was ich dir sage, machst du sofort. Ich denke, das ist das Beste, was einem Mann passieren kann. Ich denke, das ist eine hervorragende Idee, Skifahren mit Langlaufen zu kombinieren. Auch regional, jetzt wie Goms und Bettmeralp oder Alitsch Arena. Und ich denke, sehr viele Gäste werden das in der Zukunft sehr schätzen, dass sie zwei komplett verschiedene Sportarten miteinander praktizieren können. Was meinst du, Schatzi? Ja, ich finde einfach eine Top-Kombination am Morgen Skifahren und am Nachmittag ein bisschen langlaufen. Aber ganz sicher kann man testen, die Alitsch Arena. Wir haben ja Skifahren schon die letzten Jahre praktiziert. Und das Langlaufangebot, das macht uns sehr neugierig. Ja, wir warten nur, dass die Leute aufmachen. Für mich ist es ganz wichtig, dass natürlich auch Schneesicherheit vorhanden ist. Das ist hier im Wallis sowieso ein bisschen besser als in anderen Regionen in Europa. Und ich glaube auch, dass die Sonne für mich unheimlich wichtig ist, wenn man im Wintersport ist und wirklich trotzdem noch viel Sonne tanken kann. Für mich ist es so, na klar. Gut Essen, gute Leute und einen schönen Langlaufspur mit Alpin. Und sonst machen wir ein bisschen Skitour. Genau.